Die Reichen und Schönen kommen zum Baden und zum Feiern im Billionaire. Der Club gehört Ex-Formel-1-Manager und Modeldiebhaber Flavio Briatore. Es ist immer wichtig, der Beste zu sein. Der Beste in der Formel 1 und der Beste bei den Nachtclubs. Wo in den 60ern ein Fischerdorf war, steht heute das Nobelhotel Poltuquatu. Die Konkurrenz ist groß, deshalb muss die deutsche Hotelmanagerin Stefanie Greger immer wieder neue Werbestrategien entwickeln. Wie einen Taxiservice mit Prunkschlitten. Es ist ein Luxus, es könnte nichts Schöneres sein. Im Hafen von Porto Cervo schaukeln die teuren Privatjachten. Damit an Bord weder Champagner noch Zahnpasta ausgehen, liefert Ralf Romen alles, was gewünscht wird. An Bord darf der Student nicht. Ich war noch nie auf einem Boot. Ich sehe sie jeden Tag, aber war noch nie rum. Hallo Deutschland nimmt sie mit hinter die Kulissen an der Costa Smeralda. Im Juli und August herrscht Hochsaison an der Costa Smeralda. Statt Fischerbooten schaukeln Privatjachten in den Buchten. Wer hier am Strand liegt, hat ein großes Reisebudget. Und deshalb sind sie hier, die Promotion Girls aus dem Billionaire Club, dem berühmten Partytreff der Insel. Charlene arbeitet bereits die vierte Saison als Billionaire Girl. Die Aufgabe des Models, reiche Gäste für den Club anwerben. Jeden Tag am Strand oder in der Piazzetta oder am Flughafen. Ist das ein Anstrengender? Es ist anstrengend, wie man auch in meiner Stimme hören kann, aber abends haben wir so viel Spaß, dass die ganze Anstrengung das wert ist. Zehn Wochen hat der Club geöffnet. Zehn Wochen, in denen Charlene und ihre Kollegen fast ohne Pause arbeiten. Tagsüber auf Werbetour, abends als bezahlte Tänzerin im Club. Die Unterkunft bezahlt der Clubchef. Wir haben einige Häuser, 15 Minuten von Porto Cervo entfernt, wo wir halt alles zusammenleben. Mit den Mädels, mit den Promotern, mit den Leuten aus dem Restaurant, mit allem zusammen. Und wie ist das? Ich kann mich nicht beklagen. Nein, ich fühle mich wohl. Ich habe schöne Leute kennengelernt, die alle super lieb sind, hilfsbereit und wir sind wie eine große Familie. In Deutschland arbeitet Charlene als Fotomodel. Der Job als Billionaire Girl lockt die 26-Jährige immer wieder nach Sardinien. Vor allem die Chance, Prominente zu treffen, macht den Job für sie reizvoll. Du lernst die Leute kennen vom Prinzen, bis hin zu Schauspielern, Sängern. Kannst du Namen nennen? Ich habe viel kennengelernt. Dann, ja, gestern war die von Tisi, Leonardo DiCaprio, Raumi Camp, das sind alles Leute, die ein- und ausgehen. Solche VIPs kommen kostenlos ins Billionaire. Doch der Club braucht auch zahlende Gäste. Und so muss Charlene wohlhabende Jet-Set-Liebhaber anlocken. Ursula Tombino und Vera Dillier kennen den berühmten Nachtclub seit vielen Jahren. Auch die letzte Nacht haben die wohlhabenden Freundinnen dort verbracht, auf der Privatparty eines Millionärs. Diese Party, die hat ja im Millionär stattgefunden. Und das war die Party von dem VWAS, der Besitzer vom Grisogono, ein Juwelier. Und da war also auf jeden Fall bekanntester Name, ist die Dieter von These, die hat mit ihm da getanzt. Und dann waren sehr viele Prominente auch aus Italien da. Ursula Tombino lebt seit 22 Jahren an der Costa Smeralda. Sie war dabei, als Flavio Briatore den Billionaire-Club 1998 eröffnet hat. Und sie ist bis heute treue Stammkundin. Weil das ist halt vom Publikum her auch das Beste. Also auch vom Äußeren die Leute. Und die machen das sehr gut da. Sie finden immer wieder eine neue Idee, dass die Leute da auch wirklich immer hingehen, die richtigen Leute sogar. Exklusiv und nur mit Sondergenehmigung werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Nachtclubs. Bei Tageslicht und bevor die richtigen Leute hier sind, um glamourös zu feiern. In einer alten Villa und mehreren Nebengebäuden verteilen sich Restaurants, Bars und Tanzflächen auf drei Ebenen. Den ganzen Tag wird hier vorbereitet und geprobt. Sobald es dunkel ist, wird das Billionaire zum Treffpunkt für VIPs und solche, die es werden wollen. Inhaber ist Ex-Formel-1-Manager Flavio Briatore, bekannt durch seine Liaison mit Heidi Klum. Er ist bereit zu einem kleinen Gespräch über den Club und das besondere Flair der Smaragd-Küste. Die Costa Smeralda ist einer der schönsten Orte auf der Welt. Ibiza und Mykonos sind auch beliebt, aber am Ende kommen sie doch alle wieder hierher. Und feiern in seinem Club. Ob Supermodels oder ehemalige Sporthelden wie Boxer Mike Tyson oder Tennislegende Boris Becker. Auch Milliarden-Erbin Paris Hilton hat hier schon ihren Champagner geschlürft. Heute Abend ist das schwedische Model Viktoria Silvstedt zu Besuch. Rein beruflich, sagt Briatore, die Zeiten als Playboy seien vorbei. Für mich ist es Arbeit, keine Party. Nach der Formel 1 waren die Discos und die Restaurants nur ein Hobby für mich. Aber heute habe ich 14 Standorte und ungefähr 5500 Angestellte. Jetzt ist es kein Hobby mehr, sondern Business. Es ist immer wichtig, der Beste zu sein. Der Beste auf Formel 1 und der Beste bei den Nachtclubs. Wenn du die Nummer 1 bist, ist jedes Geschäft fantastisch. Die Konkurrenz um die Gunst der Reichen und Schönen ist groß. Wir treffen Charlene wieder. Sie muss heute Abend als Billionaire Girl für Stimmung im Club sorgen. Mit den Leuten feiern. Dass sie sich vergnügen, dass sie Spaß haben. Und sorgen dafür, dass sie so viel wie möglich trinken. Ehrlich gesagt. Animieren ja, Anzüglichkeiten nein. Da zieht Charlene klare Grenzen. Es ist immer mal jemand, der versucht, dich anzufassen. Oder dann sagst du halt nein. Und wenn der aufdringlich wird, dann holst du ihn, dass sie töten. 10 Billionaire Girls sorgen, meist ohne größere Belästigungen, für Stimmung auf der Tanzfläche. Was Briatore ihnen dafür zahlt, wird Charlene nicht verraten. Ich sag mal so, du verdienst nicht schlecht. Also du verdienst mehr als eine Verkäuferin oder im Supermarkt, ehrlich gesagt. Du arbeitest halt jeden Abend, aber hast halt auch mal Trinkgeld. Die Billionaire Girls waren eine Idee von Clubchef Briatore. Früher soll er die entsprechenden Mädchen gerne persönlich ausgesucht haben. Inzwischen ist er 64 Jahre alt und die Auswahl der Mädchen übernimmt eine Agentur. Das sind hübsche Mädchen, die den Club promoten und dabei Urlaub machen. Sie wohnen bei uns im Billionaire Village. Das ist wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Sie gehen an den Strand, machen Werbung, tanzen und sehen dabei gut aus. Ich meine, am Ende schaut doch jeder nach hübschen Mädchen. Wäre ich noch jung, dann wäre ich auch gerne ein Billionaire Girl. Nun, er ist weder jung noch ein Girl. Und außerdem seit 2008 mit Elisabetta verheiratet. Übrigens 30 Jahre jünger als er. Die Gastgeber verschwinden im VIP-Bereich samt einer Gruppe Magnum-Champagnerflaschen. Aufnahmen sind dort verboten. Im Norden Sardiniens schimmert das Meer grün wie ein Smaragd. Daher der Name Costa Smeralda. In einer kleinen Bucht liegt das Luxushotel Poltuquatu. Sharon Stone hat hier schon Urlaub gemacht, ebenso Meryl Streep. Im Sommer trifft sich an der Costa Smeralda der internationale Jet-Set zum Urlaub machen. Die Fünf-Sterne-Anlage ist dann einer der Hotspots. Die deutsche Stefanie Greger leitet die Marketingabteilung des Hotels. Ein harter Job. Die Konkurrenz ist groß, die Verkaufsargumente müssen überzeugen. Wie Sie sehen, ist hier sehr viel Platz. Allein dieser Raum hat ungefähr 180 Quadratmeter. Die 180 Quadratmeter der Suites sind allerdings nur für zwei Personen ausgelegt. Für Kinder, Nannys und Bodyguards werden in der Regel weitere Zimmer dazu gebucht. Wer hier baden möchte, wie vor wenigen Tagen noch Baywatch-Nixe Pamela Anderson, sollte die Reisekasse allerdings nicht zu klein wählen. In der Hochsaison kostet diese Suite 5000 Euro, hier für diese One-Bedroom-Suite. Und in der Nebensaison an die 1800 aufwärts, pro Nacht. Ein Preis, den sich nur wenige leisten können. Deshalb sind Termine wie heute sehr wichtig für die Marketingleiterin. Elio Serra vermittelt mit seiner Agentur exklusive Reisen. Seine Kunden sind bereit, viel zu zahlen, wenn das Hotel ihren Ansprüchen entspricht. Meine Kunden suchen normalerweise nach dem Einzigartigen, dem Exklusiven. Auch die Logistik ist für sie sehr wichtig. Hier kann man zum Beispiel direkt mit dem Boot losfahren oder man hat die Möglichkeit, den Helikopterlandeplatz zu nutzen. Wer nicht mit Hubschrauber oder Yacht unterwegs ist, braucht Platz für die eigene Nobellimousine. Oder ermietet sich eine im Hotel. Auch hier muss Stefanie Greger für Superlativen sorgen, um für Luxusreisende interessant zu bleiben. Jetzt fahren wir zu Rolls-Royce. Ich werde jetzt nochmal rückbestätigen, den Transfer für einen VIP-Client, der zu uns nächste Woche kommt. Und das wollte ich nochmal rückbestätigen, selber mit Rolls-Royce. Wer die Präsidenten-Suite bucht, bekommt den Limousinen-Service übrigens gratis dazu. Wer hat, der hat. Es ist ein Luxus. Es könnte nichts Schöneres sein. Ein Luxus, den sich Stefanie Greger privat nicht leisten kann. Sie hat sich von der Rezeptionistin zur Managerin hochgearbeitet und verdient auch als Marketingchefin nur einen Bruchteil ihrer reichen Kunden. Neidisch ist sie nicht. Sie braucht keinen Rolls-Royce. Weder fürs Prestige, noch für die Praxis. Ich fahre mit dem Fahrrad oder sehr sportlich. Ich habe momentan kein Auto. Da ich ja eh viel unterwegs bin, benutze ich eigentlich mehr das Flugzeug, als dass ich überhaupt ein Auto brauche. Die Konkurrenz unter den Luxushotels an der Costa Smeralda ist groß. Stefanie Greger muss ihren Mitbewerbern am besten einen Schritt voraus sein. Und so kam sie auf die Idee einer exklusiven Zusammenarbeit mit Rolls-Royce. Die VIP-Gäste des Poltuquatu werden seitdem in der Nobelmarke über die Insel gefahren. Vor kurzem haben wir Pamela Anderson vom Flughafen abgeholt und ins Poltuquatu gebracht. Ich habe sie selbst gefahren. Sie hat die Fahrt und die elegante Ankunft in unserer Limousine sehr genossen. Im berühmten Jachthafen Porto Cervo sind die Reichen in Urlaubsstimmung. Und das weckt den Geschäftssinn. Wir sind in Porto Cervo, weil es eines der beliebtesten Reiseziele der High Society ist. Direkt vor unserer Tür liegen Jachten im Wert von mehreren Millionen Dollar. Und das sind die Leute, die wir hier versuchen als Kunden zu gewinnen. Und dabei könnte die Kooperation mit dem Nobelhotel helfen. Auch hier gilt eben, eine Hand wäscht die andere. Vor der Costa Smeralda ankern im Sommer Luxusjachten aus aller Welt. Die größeren, gleichen schwimmenden Palästen. Geld spielt hier wirklich keine Rolle. Französischer Champagner, Beluga-Kaviar 100 Gramm für 800 Euro. Spezialitäten aus der Region. All das sind Delikatessen für die Bordküchen. Die idle Ware zu den Schiffen zu bringen, ist für ihn ein Studentenjob. Ralf Rohmen kauft gerade für eine große Luxusjacht ein. Verschiedene Käsesorten, Brie, Camembert, Mozzarella und noch Sojasauce, Olivenöl und guten Gourmet-Lachs. Wie viel Wert hat diese Lieferung jetzt? Sicher über 1000 Euro. Im Gourmet-Laden von Francesco Rodriguez gibt es alles, was der verwöhnte Gaumen begehrt. Und das ist meist das Feinste vom Feinen. Die Preisskala ist nach oben offen. Sie können einen Balsamico-Essig für 30 Euro haben oder für 400 Euro. Der ist 100 Jahre alt. Der 100 Jahre alte Balsamico wird in einem Schatzkästchen verkauft. Einen dazu passenden Wein hat Francesco auch. Unser teuerster Wein, ein Chateau Magot aus Frankreich. Der kostet 5000 Euro. Geiz ist geil, darüber kann man hier nur lachen. Francescos Kunden kaufen ohne nach dem Preis zu fragen. Unsere Kunden lieben es, so viel Geld für diese Produkte auszugeben, weil es exklusive Produkte sind, die sich nicht jeder leisten kann. Haben Sie auch deutsche Produkte? Nein, ich fürchte, wir haben leider keine deutschen Produkte. Nein, tut mir leid. Deutsche Delikatessen sind bei den Kunden also nicht so gefragt. Mit Luxusleckereien aus Frankreich, Spanien und Italien macht Ralf sich auf den Weg. Ich bin jetzt im Privathafen von Porto Cervo und hier ist eigentlich alles sehr limitiert. Strenge Auflagen, man darf nicht filmen und deswegen geht es jetzt alleine für mich weiter, ohne euch. Bis zu 10 Yachten am Tag beliefert Ralf in der Hochsaison. Sein Arbeitgeber ist ein Yacht-Service-Anbieter. Er beschert dem 25-jährigen Studenten aus Wien eine lukrative Zeit. Der Sommerjob hier lohnt sich auf jeden Fall für mich, denn ich kann mit diesen drei Monaten das Rest vom Jahr in Wien als Student überleben. Für die nächste Lieferung muss Ralf zum Großmarkt. Hier lagert Obst und Gemüse, frisch eingeflogen aus aller Welt. Ralfs Kollegen bereiten die Bestellungen der Privatjachten bereits vor. David Taylor ist für die Früchte im Großmarkt zuständig. Sein Tag beginnt jeden Morgen um 5, dann kommt die Überseefracht. Oft hält er exotische Früchte in den Händen, die er noch nie gegessen hat. Das ist eine der größten Früchte der Welt, eine Jack-Frucht aus Thailand. Habe ich noch nie probiert. Für Ralfs Lieferung hat David diese Kiste Mangostane bereitgestellt. Die Früchte gelten in Malaysia als besondere Delikatesse. Die Schale kann man nicht essen, nur das Fruchtfleisch. Schmeckt ein bisschen wie Litchis. Allerhand Ausgefallenes und Exklusives lädt Ralf jetzt in seinen Lieferwagen. Insgesamt 150 Kilogramm allein an Obst und Gemüse für eine einzige Privatjacht. Vor der Abfahrt checkt Ralf noch einmal, ob wirklich alles da ist. Hier sehe ich, dass zum Beispiel zwei Sachen fehlen. Die muss ich dann dem Chefkoch vom Schiff Bescheid geben, dass das nicht passt. Wie werden Sie denn reagieren? Es ist ziemlich selten, dass was fehlt. Meistens habe ich alles auf der Liste im Van. Und ich glaube, das wird er verkraften, weil das sind Sachen, die schnell verderblich sind. Und es kann gut sein, dass es mal nicht ankommt. Die Lieferung geht an die Lady Mura, eine der größten Yachten der Welt. Sie gehört Nasser Arashid, einem saudiarabischen Milliardär, der auf dem Schiff mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt. 67 Angestellte arbeiten hier, auch eigene Sicherheitsleute. Zutritt verboten. Ich komme bis zur Schwelle des Schiffes und ab dann übernimmt der Matrose. Also ich darf keinen Fuß, kein Bein aufs Schiff setzen. Tatsächlich, noch nie auf einem gewesen. Ich war noch nie auf einem Boot. Ich sehe es jeden Tag, aber war noch nie oben. Stefan Kraiger ist Küchenchef an Bord der Lady Mura. Er ist verantwortlich für die Einkäufe. Rund 4.500 Euro kostet alleine die heutige Lieferung. Und sie ist für gerade mal vier Personen. Das nur für den Eigentümer und Familie. Das alles? Alles, ja. Oder wird ein Fest gefeiert? Nein. Fest hatten wir gestern. Gestern war ein Geburtstag an Bord. Ah, okay. Und dann wurde extra viel eingekauft? Ja, extra viel. Kaviar, alles Mögliche. Trüffel, weißen, schwarzen. Der Deutsche kocht seit zwei Jahren für die Milliardärsfamilie. Immer muss das Richtige an Bord sein. Beim Essen versteht sein arabischer Chef keinen Spaß. Selber einkaufen mache ich auch sehr gerne. Aber ich kann das Schiff nur verlassen, wenn der Eigner nicht an Bord ist. Ansonsten muss ich immer 24 Stunden auf Abruf sein. Was nach Leibeigenschaft klingt, sei ein guter Job, sagt Kreiger. Alle zwei Monate hat er acht Wochen frei und ist bei seiner Familie. Der Lieferservice ist für ihn unverzichtbar. Sehr wichtig. Weil wenn man nicht rauskommt und ein Nein gibt's nicht. Während Früchte und Delikatessen geladen werden, dürfen wir doch noch an Bord. Exklusiv mit Sondergenehmigung. Auf der Brücke treffen wir Matthias Bosse. Seit sieben Jahren Kapitän der Lady Mura. Gebaut in Hamburg war sie 1990 die größte Privatjacht der Welt. Also der Lady Mura ist 105 Meter lang. Wir haben insgesamt sechs, sieben Decks, wenn man die ganzen technischen Bereiche mitrechnet. Der Eigner selbst hat fünf Decks. Und über Preise, was kostet so ein Schiff? Ich denke, wenn man es heute bauen würde, würde es kosten im Bereich vielleicht von 200, 250 Millionen, 300 Millionen Euro. Matthias Bosse nimmt uns mit in den Privatbereich der Yacht. Ausnahmsweise dürfen wir hier drehen. Der Eigner nutzt diese Terrasse gerade nicht. Über das Jahr hinweg treffen sich die Yachtbesitzer immer an denselben Orden. Man kennt sich eben. Es gibt auch so ein paar, die man kennt, die man überall wieder trifft. In der Regel ziehen die Yachten ja auch gemeinsam von Ort zu Ort, weil es immer eine Hochsaison. Und ja, man besucht sie auch, man geht hier abends ans Trinken. Die Luxusjacht Lady Mura ist eher eine schwimmende Residenz als ein Schiff. Die meiste Zeit des Jahres liegt sie in Monaco oder Porto Cervo vor Anker. Auf großer Fahrt ist sie selten. Was Kapitän Bosse eher schade findet. Man kann mit so einem Schiff schon weit fahren, natürlich. Wir waren ja auch in der Karibik schon durchaus. Aber in aller Regel sind die Yachten, die es heute so gibt, nicht wirklich gebaut für Hochseereisen. Auch mal in Regionen, wo es ein bisschen rauer zugehen mag. Da ist weder das Äußere für entwickelt worden, noch der Innenbereich, der ja auch sehr fein ist mit Antiquitäten teilweise. Und als man die gebaut hat, da hat man nicht daran gedacht, über das große Meer zu fahren. Inzwischen werden die letzten Kisten verladen. Küchenchef Kreiger kontrolliert den Lieferschein und es gibt ein Problem. Es fehlt eine exotische Frucht. Es sind keine Kaki-Früchte, keine Chabon-Früchte gekommen. Und das ist vom Eigner die Lieblingsspeise, morgens, mittags, abends. Und es ist natürlich eine Insel und da muss es eingeflogen werden. Jet, Helikopter, das ist dann auch keine Rolle. Und das heißt jetzt, wann wollen Sie das haben? Am frühen Abend müsste ich das haben, damit es zum Dinner da ist. Und falls es nicht da wäre? Dann werden Kommentare gemacht und es sollte nicht vorkommen. Die Welt ist halt so verbunden, dass man halt immer alles kriegt. Gerade wenn Geld keine Rolle spielt. Das heißt für den Yacht-Service nachbessern. Kaki-Früchte besorgen, egal wie. Kurze Zeit später kann der Chefkoch aufatmen. In Porto Cervo findet sich die Lieblingsfrucht des Milliardärs. Spätabends kommt Ralf nach Hause. Er wohnt in einer Wohngemeinschaft mit Kollegen. Die Unterkunft stellt sein Arbeitgeber. Ich wohne hier mit vier Leuten zusammen. Ein Österreicher, ein Südamerikaner und ein Cerde, also ein Italiener. Auch ohne Lachs und Kaviar genießt Ralf die Sommermonate auf Sardinien. Vor allem dann, wenn die Luxustouristen die Costa Smeralda wieder verlassen haben. Die Arbeit ist abseits von der Hochsaison überhaupt nicht schlimm. Aber in der Hochsaison ist wirklich die Kacke am Dampfen. Und da ist man auch froh, wenn es dann wieder weniger wird. Und abseits davon ist wirklich eine schöne Zeit, die ich hier verbringen kann. Jeden Tag kann der 25-Jährige einen Blick auf die Welt der Superreichen werfen. Neidisch ist er nicht. Es gibt Arbeitskumpels, die möchten gern so ein Leben haben. Für mich persönlich zählt das Leben jetzt nicht so viel, weil man halt... Ich habe gesehen, letzten Jahr, heuer, mit so viel Geld muss man auch nicht unbedingt glücklicher sein. Sondern es bringt auch oft viel mehr Probleme. Die sind immer total abgeschottet, haben alle möglichen Securities am Hals. So möchte ich eigentlich nicht leben. Also so reich muss ich nicht wirklich sein. Dosenbier mit einem Freund. Statt Chateau Margot und Bodyguards. Lebensfreude ist eben doch keine Frage des Geldes. Heute trifft sich an der Costa Smeralda der internationale Jet Set. Hier kostet der Quadratmeter zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Doch noch vor 50 Jahren war hier nichts als Weideland. 1963 kauft Karim Aga Khan, einer der reichsten Männer der Welt, den Küstenabschnitt noch für Pfennigbeträge. Sein Ziel, eine Welt des Luxus zu schaffen. Enzo Satter hat als Aga Khans Chefarchitekt das Gesicht der Costa Smeralda mitgeprägt. Die Stadt Porto Cervo entstand damals am Reißbrett. Die Idee war, aus Porto Cervo und der Costa Smeralda ein besonders exklusives Reiseziel zu machen, das sich von der berühmten Côte d'Azur unterscheidet. Unsere Zielgruppen waren zwar die gleichen Leute, aber wir hatten den Plan, die Natur stärker zu integrieren. Enzo Satter war schon als junger Student oft an der Costa Smeralda. In dieser Zeit, Ende der 60er, reist die High Society nach Sardinien, um das neue Urlaubsparadies zu erkunden. Bei einem seiner Badeausflüge hatte der junge Satter eine besondere Begegnung. Ich war gerade schwimmen, als ein Boot kam, von dem einige Leute ins Meer sprangen. Und stellen Sie sich vor, das waren der griechische König, der Fürst von Monaco, Grace Kelly mit ihren Kindern, und alle schwammen direkt neben mir. Ich kannte diese Leute damals gar nicht. Jemand anderes hat mir dann erst erzählt, wer das war. Ich konnte es gar nicht glauben. Der Plan des Cannes geht auf. Schon in den 70er Jahren gilt die Costa Smeralda als exklusives Reiseziel. Im Hotel Cala di Volpe logiert der europäische Adel. Gründer Aga Khan ist zufrieden. Ringo Starr landet mit Freundin Maureen. Die englische Prinzessin Margaret bringt ihre Familie mit. Die Grimaldi-Kinder Albert und Caroline, ihren Pudel. 60 Jahre lang hat Enzo Satter als Architekt für Aga Khan gearbeitet. Bis heute lebt er mit seiner Familie an der Costa Smeralda. Seine Tochter Melissa, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin, lebt seit kurzem in Deutschland. Sie ist mit dem deutsch-garnaischen Fußballer Kevin Prinz-Boateng verlobt. Gemeinsam haben sie eine Wohnung in Düsseldorf. Dort ist es ähnlich luxuriös wie hier. Düsseldorf ist eine sehr reiche Stadt mit exklusiven Villen, Autos und Geschäften. Insofern ändert sich das Leben hier und dort. Aber in Düsseldorf ist viel los, da lässt es sich gut leben. Hier komme ich nur zum Urlaub machen hin. Besonders im Winter sind hier kaum Leute und da ist hier echt nichts los. Melissas Sohn ist im April in Düsseldorf geboren. Er soll mehrsprachig aufwachsen. Deshalb lernt sie jetzt die Sprache ihrer neuen Heimat. Ich bin gerade dabei, Deutsch zu lernen. Aber noch fehlen mir leider zu viele Wörter, um wirklich ein Gespräch führen zu können. Es ist wirklich nicht leicht. Kein Wunder bei so einem Elternhaus. Von der Terrasse hat Enzo Satter einen traumhaften Blick über Küste und Meer. Die Bauvorschriften des Aga Khan gelten auch heute noch. Gebäude müssen sich in Form und Farbe der Natur anpassen. Nicht jeder hält sich daran. Ganz in der Nähe steht ein Gebäude, das ich eigentlich ganz hübsch finde. Aber es gibt ein Problem. Hier passt es nicht hin. Hier stört es das Panorama. Ein Gebäude kann noch so modern gebaut sein. Aber es darf die Landschaft und den Ausblick nicht stören. Gerade die Harmonie zwischen Natur und Bauwerken macht die Costa Smeralda so einzigartig. Satter befürchtet, wenn jeder baut, wie es ihm gefällt, ist das Paradies des Aga Khan in Gefahr. Wir fürchten, dass Bausünden die Luxustouristen vertreiben. Es wäre völlig falsch, wenn sich die Costa Smeralda jetzt an andere Mittelmeerregionen anpasst. Sie muss exklusiv bleiben, meinetwegen auch besonders teuer. Aber dann muss es auch Gründe geben, warum es hier teurer ist. Eine herausragende Architektur, besondere Infrastruktur und vor allem der einmalige Naturschutz. Satter hofft, dass die Costa Smeralda so exklusiv bleibt, wie er sie mitgeschaffen hat. Der erfahrene Architekt weiß, Bausünden verderben erst die Landschaft und dann das Geschäft mit den Touristen. Denn es ist diese Kulisse, die die Costa Smeralda zu einem der Lieblingsorte des Jet Sets macht. Und der kommt im Sommer so zahlreich, dass hier inzwischen der größte Privatflughafen Europas steht. Gerhard Lindermeyer und Gabriel Donida sind Luxusreiseveranstalter. Ihre Kunden fliegen am liebsten mit dem eigenen Jet. Wenn ein Kunde ein Privatjet mietet, machen wir die komplette Planung von der Abholung zu Hause mit der Limousine zum Airport, das Catering, die Getränke an Bord, die Abstimmung des Reisegepäcks. Teilweise wird das Gepäck dann auch noch zusätzlich per Land auf dem Landweg transportiert, wenn es im Flieger keinen Platz hat. Die Reiseveranstalter aus München sind nun hier, um sich den Flughafen genau anzuschauen. Wenn ihre anspruchsvollen Kunden landen, muss alles reibungslos funktionieren. Schließlich kostet der zwei Stunden Privatflug von Deutschland ein kleines Vermögen. Das sind so mindestens 20.000 hin und zurück. Das kommt, wie gesagt, auf den Jet natürlich an. In der Stehhöhe sind 25.000, würde ich sagen, hin und zurück. Vom Flughafen geht es weiter zu einem der teuersten Luxushotels der Insel, das Kala di Wolpe. Das Fünf-Sterne-Haus hat eine lange Tradition und ist bei Prominenten sehr beliebt. Die Reiseveranstalter wollen sicher gehen, dass es auch für ihre Kunden geeignet ist. Wir schauen uns heute das Hotel an. Wir checken die Zimmer, wir checken das Restaurant. Wir dürfen eventuell in die Küche. Wir checken die Facilities. Als Reiseprofis aus Deutschland werden sie vom Hotelmanager persönlich empfangen. Auch ein Luxushotel wie das Kala di Wolpe pflegt den Kontakt zu seinen Reiseveranstaltern. Die vermitteln ihnen schließlich passende Klientel. Wir brauchen immer neue Kunden aus wirtschaftlich starken Ländern. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern sehr wichtig für uns. Die Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern aus Deutschland sei besonders wichtig, betont der Geschäftsführer. Er habe viele deutsche Gäste und verrät, er kann sogar ein wenig Deutsch. Wir haben viele Deutsche. Die deutsche Marke ist die zweite oder die dritte. Vielleicht für diese Saison wird es sein, die zweite. Eine der deutschen Stammgäste ist Heidi Klum. Aber auch Stars wie George Clooney, Ex-First Lady Carla Bruni und Schauspielerin Liz Hurley haben hier schon Urlaub gemacht. Die Reiseveranstalter Donida und Linda Mayer wollen sich jetzt eine besondere Suite anschauen. Ein riesiger Schlüssel, eine schwere Tür, die Erwartungen sind groß. Doch das Zimmer eher klein. In der Lieblingssuite des Aga Khan ist alles noch in dem Flair erhalten, wie er vor 50 Jahren von seiner Hoheit gedacht war. Hier setzt man eher auf Klasse statt Masse. Wer hier nach Protz und Prunk sucht, wird enttäuscht. Aber das geschulte Auge erkennt das Besondere. Wow. Klein, aber ich sage fein. Was denkst du? Sehr gemütlich, sehr cozy. Mit zwei Fenstern. Für mich ist es sehr klein für einen Suite, aber ich finde, das hat so viel Charakter. Das fühlt sich sehr gut an, dieser wunderschöne Marmor. Sehr rustikal. Wer es also lieber rustikal statt modern mag, ist hier richtig. Vorausgesetzt, die Reisekasse ist groß genug. In der Hose-Saison hier ist 4.300 pro Nacht, inklusive Frühstück. Ist sehr teuer, aber wir müssen denken, dass hier ist die Signature Suite von Aga Khan. Er war hier. Wir sind in der Quelle, im Zentrum von der ganzen Costa Esmeralda. Es ist bekannt, dass die Zimmer an der Costa Esmeralda sehr klein sind. Also 20 Quadratmeter ist schon ein Standard. Diese Suite war die Lieblingsbiet von Karim Aga Khan, dem Gründer der Costa Esmeralda. Wer hier Urlaub macht, der will dazugehören. Prestige ist das, was es hier ausmacht. Ich denke, die Kunde bezahlt diesen Preis. Für hier ist es wie ein Club für die Elite. Und ich denke, es ist nicht für die Nouveau-Riche. Für die Nouveau-Riche möchte ich besser, größer, 200 Quadratmeter Suites. Das ist absolut nicht für diesen Tipp von Klienten. Das Cala di Volpe. Ein Treffpunkt für Leute, die gerne unter sich sind. Filmen ist im Restaurant verboten. Mit Lindemeyer und Donida dürfen wir aber hinter die Kulissen schauen und treffen Chefkoch Franco Guardone. Plätze in seinem Restaurant sind begehrt. Nicht nur wegen seiner Kochkunst. Das ist wichtig, dass wir machen eine Reservierung vor. Auch das Hauptrestaurant hier im Zuhause ist der Hauptpunkt in Cala di Volpe. Es ist wirklich, von Naomi Campbell bis Elton John, die ganze Welt, kommt hier vor Mittagssessen und Aperitivo. Es ist sehr, sehr bekannt hier in Cala di Volpe. Franco Guardone steht seit 28 Jahren im Cala di Volpe am Herd. Seine Aufgabe sei es, nicht Menschen satt zu machen, sondern besondere Wünsche zu erfüllen. Die Gäste sind hier nicht an eine Speisekarte gebunden. Was wir zubereiten, machen wir immer so, wie es der Gast wünscht. Das fängt schon bei einem einfachen Sandwich an. Wichtig ist einfach, dass der Gast ganz individuell bekocht wird. Das macht es besonders. Gabriel Donida kennt als Sohn eines Diplomaten die Welt, spricht sechs Sprachen. Sein Partner Gerhard Lindemeyer ist Reisekaufmann. Das Programm der Reiseveranstalter ist straff. Als nächstes stehen die Außenanlagen auf ihrem Programm. Hotelchecks, sogenannte Site-Inspections, gehören zu ihrem Alltag. Was für den Laien in Ordnung scheint, ist ihnen oft nicht gut genug. Wir haben öfter mal eine Site-Inspection, die wirklich daneben läuft, wo wir auch sagen, das Haus können wir nicht verkaufen. Und wir wünschen uns, dass es nicht so oft passiert. Und das ist halt gut, eben auch Teil unserer Arbeit, auch das Perfekte für unsere Kunden zu finden, die Wünsche zu erfüllen. Und es muss passen. Das ist also wirklich für uns ganz, ganz wichtig. Das Kala di Wolpe war das Lieblingshotel des Aga Khan und ist noch immer von ganz besonderer Nostalgie. Es ist gelungen, das zu erhalten, was Karim Aga Khan vor 50 Jahren geplant hat. Klasse statt Masse. Hier in der Hotellobby hat er... Wow, das ist so schön. Der ganze Feeling ist da von den 1960. Das ist eine spezielle Dekadenz von den 60er Jahren. Wo, nochmal, diese Club-Atmosphäre von der Elite. Du kannst nur in diesen Clubs sein, wenn du wirklich reich bist. Wie in James Bond. Und du kannst es nicht für jede und auch der Zimmerpreis... ...regelt das Klientel. Moderne Edelhotels bieten mehr Platz und Luxus. Die exklusive Atmosphäre eines Ferienclubs für Prominente ist es, die das Kala di Wolpe seit 50 Jahren so besonders macht. Auch sie macht ihr Geschäft mit den Luxustouristen. Die gebürtige Schweizerin Verena Korda. Sie und ihre Familie haben in Porto Cervo einen Helikopterlandeplatz. Und zwar mitten im eigenen Garten. Wir hatten einen Freund, der ist Pilot. Und der hat einen Kunden von Kiew mit seinem Privatjet. Und da sagt er, der will in Porto Cervo sich ein Häuschen anschauen. Und er sagte mir, er könnte den Herrn nicht einfach mit einem normalen Taxi von Olbi bis her fahren. Er müsste das mit dem Helikopter machen. Ob er bei uns landen dürfte. Und da sage ich, ja, das kannst du schauen, wo. Es hat überall Bäume. Ich weiß nicht, wo du Platz gehst. Doch, doch, er würde schon Platz finden. Und da haben wir dann mit der Schaufel bis zu einem runden Platz geschaufelt, damit er da in ein paar Stunden landen konnte. Und so war das auch. Das war der erste Anflug. Und dabei ist es nicht geblieben, denn die Nachfrage ist groß. Wer es sich leisten kann, fliegt mit dem Heli auf die Insel oder hat ihn im Gepäck. Der Landeplatz von Familie Korda ist heiß begehrt, denn er liegt zentral zwischen Yachthafen, Sternehotels und Clubs. Verena Korda zeigt zwei amerikanischen Piloten den umfunktionierten Garten. Sie planen eine Nachtlandung. Da sie hier zum ersten Mal landen, findet heute eine Vorbesichtigung statt. Das ist wichtig für sie, hauptsächlich für die Nachtlandung. Die wollen sich zuerst das anschauen. Und dann auf Internet, wir geben all die Informationen, wie sie anfliegen müssen. Und hauptsächlich um wie viel Uhr. Nach 11 Uhr machen wir das nicht mehr, weil wir haben auch Nachbarn. Und Nachtanflug ist immer ein bisschen eine spezielle Sache. Speziell ist auch das Zusatzangebot zum eigentlichen Hubschrauber-Landeplatz der Kordas im eigenen Garten. Tankstelle statt Geräteschuppen, Ölfässer statt Rasenmäher. Sowas sorgt für fliegende Kundschaft. Viele Helikopter kommen gerne hierher, weil in Olbia im Flughafen so viel Verkehr ist, dass sie bis zu drei Stunden an der Hitze warten müssen, bis sie drankommen. Weil zuerst werden die Private Jets bedient und nachher die Helikopter. Und hier geht das natürlich ganz extrem schnell. Verenas Sohn Tommaso nimmt schon den nächsten in Empfang. Mit Funkgerät und Headset ersetzt er den Tower und lotst die Piloten im Anflug. Sie können auf dem roten Landeplatz landen. Alles ist vorbereitet. Ich habe ihm die Landeanweisungen gegeben. Hier ist alles vorbereitet für die Ankunft der Passagiere. Im Garten der Kordas sind schon Stars wie Michael Douglas und Sting gelandet. Doch nur selten lernen die Kordas die Passagiere persönlich kennen. Auch dieser Gast kommt inkognito, möchte nicht gefilmt werden. Diskretion wird in diesen Kreisen großgeschrieben. Der Pilot muss direkt weiter. Seine nächsten Kunden warten bereits auf Corsica. Ich hole jetzt zwei Passagiere auf Corsica ab. Helikopter sind an der Costa Smeralda so etwas wie fliegende Taxis. Sie pendeln zwischen Porto Cervo, dem Flughafen und den Luxushotels. Oft geht es auch übers Meer nach Monaco oder Saint-Tropez. In der Hochsaison bekommen die Kordas stündlich neue Landeanfragen. Tommasos Schwester Corinna managt den Flugplan. Wer möchte, kann seinen Helikopter auch mehrere Tage hier parken. Ich kümmere mich um den Flugplan, mache Termine aus und notiere alle wichtigen Daten. Ich habe noch einen anderen Plan, auf dem schreibe ich auf, wann und für wie lange ein Helikopter bei uns geparkt wird. Und ich kann auch ein Taxi oder eine Limousine für unsere Kunden organisieren. Tommaso war schon als kleiner, junger Helikopter-Fan. Für ihn steht fest, nur Parkeinweiser will er nicht bleiben. Er will selbst fliegen. Ich mache gerade meinen Flugschein. Das ist nicht leicht, aber ich hoffe, eines Tages als Pilot zu arbeiten. In einigen Jahren will Tommaso dann seinen eigenen Helikopter hier hinter dem Haus parken. Leben auf dem kleinsten, aber wahrscheinlich schönsten Flugplatz der Welt. Das hätte sich Verena Korda in ihren Träumen nicht ausgemalt. In den 70er Jahren machte sie hier Urlaub, lernte ihren Mann einen wohlhabenden Saaten kennen und blieb der Liebe wegen. Ihre Heimat ist die Schweiz, aber zurück wollte sie nie. Ich fühle mich hier zu Hause, ganz gut zu Hause und könnte so wahrscheinlich in der Schweiz nicht mehr Fuß fassen. Ich gehe aber sehr gerne nach Hause in die Schweiz. Zwei-, dreimal im Jahr meine Eltern besuchen, Geschwister besuchen. Aber es zieht mich dann sofort wieder in den Süden. Da ist Verena Korda nicht alleine. Auch andere fühlen sich von der Costa Smeralda angezogen. Nicht weit entfernt hat Otto Walkes ein Ferienhaus. Die Schweizerin und der Ostfriese sind inzwischen gute Freunde. Ich kenne ihn seit Jahren und er kommt gern. Wenn ich ein Fest mache, kommt er gern. Er sagt, zum Gartenparty kommt er gerne. Und dann kriegt er eine Gitarre und dann geht's los. Er spielt fantastische Gitarre und kennt alle italienischen Lieder. Seit mehr als 30 Jahren lebt Verena Korda jetzt auf Sardinien. Ihre Begeisterung für die Schönheit der Küste hat sich die Frau aus den Bergen bis heute bewahrt. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnt. Ich finde jeden Tag, wenn es schönes Wetter ist und ich rausschaue, dass es wirklich ein Paradies ist und dass ich an sich sehr glücklich hier bin. Und bei diesem Ausblick über das Meer weiß man sofort, was Verena Korda meint. Wenn der Tag zu Ende geht, treffen sich Touristen und Bewohner der Costa Smeralda hier, am Fee Beach Club. Er zählt zu den exklusivsten Beach Clubs der Welt. Stars wie Kate Moss haben hier schon bei einem Cocktail den Sonnenuntergang genossen. Auch Stefanie Grieger und ihre Kollegin Ornella kommen gerne hierher. Das ist hier so das Innlokal. Man trifft sich hier auf dem Aperitif. Ich gehe auch gerne hier mit meinen Kollegen hin, bevor wir ausgehen. Wunderschönen Blick aufs Meer und den Sonnenuntergang zu genießen. Als Marketingleiterin eines Luxushotels verbindet Stefanie Grieger hier das Angenehme mit dem Nützlichen. Es ist wichtig, man lernt hier auch noch Leute kennen. Das ist ja auch unsere Arbeit, dass wir noch viel Public Relations machen. Man sieht ja auch Leute, die unterwegs sind, die wir hier jetzt im Fee Beach treffen. Es ist ja auch so der Mittelpunkt hier an der Costa Smeralda. Somit ist es auch wichtig für uns auszugehen. Das ist ja auch. Ich weiß, dass die wir uns ausprobieren, die wir nicht durchführen. Wir sind ja auch hier, dass wir uns ausprobieren.